Deine Informationen waren gut. Ich habe das Gefühl, dass du mir trotzdem nicht danken wirst. Bist nicht so blöd, wie du aussiehst. Gib mir was Besseres und du darfst an Bord bleiben. Okay, wie wäre es mit Waffenhändlern, die ihre Ware über Istanbul verschieben? Ein Konsortium? Konsortium? Du kennst ja richtig komplizierte Wörter. Willst du sie haben oder nicht? Scheinst ganz wild darauf zu sein, sie zu plopfeifen, Konkurrenz. Bist auch nicht so blöd, wie du aussiehst. Was kümmert es dich? Es sind Waffenschieber. Also, schieß los. Es geht alles über den Hafen raus. Auf den Kisten steht Fisch oder Früchte oder irgend so ein Blödsinn. Müsstest selbst du finden können. Ich sagte ihnen, dass du mich schickst. Das, das war ein Witz, oder? Das war ein Witz, oder? Das war ein Witz. Das war ein Witz. Oh, come on. Wo zum Teufel steckst du? Was ist das? Ehm. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er ist bewusstlos ZDF, 2020 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 ZDF, 2020